Wir bekommen neue Infos zum Resident Evil Film Trevor. Ja, denn die gute Melly aka Unicorn hat vor ein bisschen länger jetzt schon her ein Video geladen, beziehungsweise das erste, ich nenne es mal Making of Behind the Scene Video, was uns sehr viele Informationen zum kommenden Trevor Fanfilm gibt. Und diese Informationen möchte ich im heutigen Video mal relativ kurz verpackt zusammenfassen und ja, meine Meinung noch dazu äußern. Und deswegen heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video von... Genau, wer mein erstes Video hierzu noch nicht gesehen hat, die gute Melly von Unicorn plant oder ist an einem Fanfilm von Resident Evil und zwar geht der um die Geschichte von Lisa Trevor, deswegen auch der Name T-A-E-R-E für Resident Evil. Boah, Trevor, ne, macht Sinn. Und wie gesagt, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, was auch relativ gut auf diesem Kanal hier ankam, denn man muss auch sagen, die allgemeine Resident Evil Community ist über diesen Film tatsächlich schon sehr weit informiert und angetan, auch international. Vorab möchte ich direkt sagen, schaut euch auf jeden Fall das Video von Unicorn an, bevor ihr das hier seht oder danach, wie auch immer. Denn da gibt es halt nochmal wesentlich mehr Informationen, da geht es nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Ich rede hier quasi jetzt einfach nur mal grob zusammengefasst über was, was ich jetzt da so am interessantesten fand. Und ansonsten, wie gesagt, schaut gerne bei ihr auf dem Kanal vorbei. Wie gesagt, das Video ist auf jeden Fall verlinkt. Ja, aber ich würde jetzt einfach mal rein starten, was für Infos wir bekommen haben. Die erste Info, die wir quasi bekommen, ist, dass der Film auf jeden Fall in Deutsch gefilmt bzw. vertont wird. Aber, und jetzt kommt es zu einem interessanten Punkt, da der Film oder da das Poster, was dazu gepostet wurde, okay, auch interessant, sehr viral gegangen ist, auch im internationalen Kreis, hat die gute Mellie sich gedacht, ja, doch, den müssen wir auch irgendwie auf Englisch vertonen, so nach dem Motto. Und so wurde auch von einem Amerikaner angeschrieben, der da quasi diese englische Synchronisation übernehmen wird. Das bedeutet, wir bekommen den Film sowohl in Englisch als auch auf Deutsch, bzw. in Deutsch als auch auf Englisch. Was ich sauinteressant finde, weil ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Film gesehen, der von Deutsch in Englische synchronisiert wurde. Ich kenne keinen. Schreib mir gerne mal welche in die Kommentare. Ich kenne jetzt keinen. Ich weiß gar nicht, wie sich das so anfühlt. Das ist komisch irgendwie. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste große Punkt. Der Film ist international jetzt schon sehr bekannt. Was heißt bekannt, aber er macht die Runde. Und das ist, finde ich, saustark, weil die Resident Evil Community hat einen guten Film verdient. Und den bekommen wir wahrscheinlich oder hoffentlich, denke ich, mit diesem Projekt. Und kommen wir jetzt nicht, ist zum Punkt, den ich auch sehr interessant fand. Nämlich, sie hat mal aufgezählt oder aufgezeigt, wer genau alles, welche Sachen an diesem Projekt mitarbeitet stand jetzt. Also, was für Leute ihr in ihrem Team mithelfen. Und wir bekommen auch schon einige Schauspieler gezeigt, die auch schon Rollen besetzt haben. Zu denen kommen wir dann aber gleich. Fangen wir erstmal mit dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen Hintergrund-Team an. Fangen wir natürlich an mit ihr selber, ne, Unicorn de Melly, die übernimmt in dem Film sowohl die Rolle der Jill Valentine, die die verkörpert. Ich blende hier wahrscheinlich immer mal wieder so Parallelbilder ein, damit ihr seht, inwiefern das auch gut passen wird. Denn die gute Unicorn macht auch Cosplays und unter anderem halt auch Jill Valentine Cosplay. Und ich muss sagen, das ist auch einfach nur sehr stark das Cosplay. Also, muss man einfach mal gesagt haben. Aber nicht nur die schauspielerische Rolle übernimmt sie. Nein, sie übernimmt natürlich auch zum Teil die Regie. Beziehungsweise sie ist halt irgendwo überall involviert. Ich meine, sie, es ist ihr Film. So, wahrscheinlich wird sie überall die Finger mit drin haben. Aber Regie ist auf jeden Fall mit Hauptbestandteil. Und natürlich auch das Casting für Leute und überhaupt das in der Öffentlichkeit auftreten als, ne, Vertreterin des Films, sag ich mal. Kommen wir nun zur restlichen Starbesetzung, sag ich mal. Und zwar, das Storywriting hat einer der drei Mitglieder von Radio Raccoon, der gute Chevy, übernommen. Denn der hat auch schon anscheinend, so wie ich das rausgedacht habe, ein eigenes Buch geschrieben. Und in der Hinsicht wurde halt für Storywriting ins Boot geholt. Der gute Michael, aka auch Michi, kümmert sich unter anderem um das Drehbuch. Aber ich sag mal, hauptsächlich ist er im Bereich der Regie, Kamera und der Post-Production tätig. Wo ist der Typ? Einige werden ihn wahrscheinlich kennen. Dieser macht quasi das, was er am besten kann. Und zwar übt er mehr oder weniger Kritik aus. Mehr oder weniger halt Filmkritik. Er guckt sich nämlich das Drehbuch an und verbessert eventuell oder ergibt Verbesserungsansätze oder halt Ideen, die man irgendwie mit einbringen kann, die eventuell das Ganze nochmal ein bisschen verfeinern. Wie gerade eben schon erwähnt, Hunter Nino übernimmt die englische Synchronisation. Die Band The Eyes Inside übernehmen den Soundtrack und allgemein das Musikalische im Film. Die Maske bzw. das Make-up übernehmen Kings and Queens of Horror. Leute, die sowas wie den Zombie Walk kennen, denke ich, werden wissen, warum gerade diese Leute für das mit ins Boot geholt wurden. Und für die passenden Kostüme bzw. dessen Bereitstellung kümmert sich RPD42 Cosplay. Und jetzt wird es aber nochmal ein bisschen spannender, auch, sag ich mal, für wirklich die Zuschauer, die jetzt nicht so unbedingt das Behind-the-Scenes so krass interessiert. Denn nun kommen wir zur bis dato besetzten Rollenverteilung des Hauptcasts, würde ich mal sagen. Wie schon erwähnt, übernimmt die gute Unicorn natürlich die Rolle der Jill Valentine. Des Weiteren übernimmt Michael Seidel die Rolle des Barry Barton. Paul Frenke verkörpert Dr. E. Ross, Thomas Görsch oder Gorsch, ich weiß gerade tatsächlich, wie man den Namen ausspricht, sorry, verkörpert den Oswald E. Spencer. Und genau schon wie im Teaser-Trailer auf dem Kanal von Unicorn verkörpert Markus Jörkel den guten George Trevor. Das war's soweit zum bisherigen Cast bzw. überhaupt der ganzen Crew. Stand jetzt natürlich, es werden auch weiterhin ja noch immer Leute dazukommen, die noch helfen werden bzw. auch Rollen besetzen werden. Aber es gibt auch noch ein paar weitere Infos. Das wäre zum Beispiel einmal, dass der Film circa 30 bis 40 Minuten Spiellänge haben soll. Was ich tatsächlich gut finde, ist ja immerhin, man muss sagen, es ist ein Fanfilm bzw. ein Kurzfilm. Und ich persönlich glaube auch, dass die Story von Lisa Trevor, auch wenn sie sehr, sehr, sehr ausführlich erklärt werden kann, ich glaube, sie würde es nicht schaffen, einen kompletten 120-Minuten-Film irgendwie zu tragen. Würde ich, glaube ich, gar nicht mal so fühlen. Deswegen bin ich mit der Länge zufrieden. Ja, vielleicht 50 Minuten wären auch noch ganz cool, aber ich sag mal so, alles in allem freue ich mich auf jeden Fall über so einen kurzen Film schon über Lisa Trevor. Ist halt schon ein Charakter in Resident Evil, der halt wirklich ein bisschen mehr Screentime verdient hat. Und jetzt kommt es zu etwas, was ich persönlich super cool finde und super krass finde, vor allem, weil es ein Community-Projekt ist. Und zwar wird es sehr wahrscheinlich, wenn alles so läuft oder so funktioniert, wie es geplant ist, wird dieser Film Kinoaufführungen bekommen. Ja, ich habe schon rausgehört, anscheinend wären zwei geplant. Ist natürlich noch nicht bestätigt. Der Film ist ja noch gerade ganz am Anfang in der Mache und es kann sich bis dahin noch sehr viel ändern. Vielleicht werden es mehr, vielleicht werden es weniger. Egal wie, ich würde mich auf jeden Fall über mal mindestens eine Kino-Premiere freuen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Community-Projekt, was jetzt wirklich von, wie gesagt, einer kleineren Community, was natürlich auf eine große Community anspielt, die komplett Resident Evil-Community halt, so einen Film, der wirklich, wo wirklich halt nur Herz hinter steckt und wenig dieser Profit, den halt große Studios mittlerweile ja nur noch verfolgen, was ja auch verständlich ist zum Teil, aber es ist wirklich ja nur im Augenmerk dieses, okay, die Resident Evil-Fans haben so einen Film verdient und das wäre halt unfassbar geil, dann so einen Film im Kino sich anzugucken. Also, ich sage es, wie es ist, ich wäre auf jeden Fall am Start, also Pressevorführung, ich bin dabei. Weil, wie gesagt, ich glaube, das würde dieser perfekte Runde Abschluss für dieses Community-Projekt einfach darbieten, wenn sich wirklich die Leute oder zumindest ein Teil der Leute, die es wirklich so sehr interessiert, diesen Film gemeinsam im Kino angucken können, weil es treffen ja auch halt einfach Fans aufeinander, was halt unfassbar geil ist. So, und wir sind jetzt schon fast am Ende des Videos. Ich möchte direkt einmal erwähnt haben, alle hier im Video genannten Personen, die daran mitarbeiten oder um die es irgendwie in irgendeiner Art und Weise geht, sind, egal mit was für Links, ob Instagram oder was für Links, irgendwo auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, wenn euch die Leute interessieren, checkt es doch gerne mal aus. Natürlich ist, wie gesagt, auch das Video von Unicorn auch definitiv verlinkt. Wahrscheinlich auch gleich nochmal irgendwo in der Endcut der Kanal. Und wenn ihr jetzt mehr über das Projekt erfahren wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den Kanal von der guten Melli aus, denn da wird halt ja wahrscheinlich jetzt auch im Laufe der Zeit öfter Updates und wahrscheinlich auch früher als hier Updates zu diesem Film kommen. Und so würdet ihr auch immer auf dem Laufenden bleiben, was es den Film angeht. Deswegen checkt auf jeden Fall das Video aus, denn auch auf dem Kanal gibt es nicht nur das Resident Evil Fanfilmprojekt. Nein, da gibt es auch sehr viele gute andere Videos, deswegen, wie gesagt, der Kanal ist auf jeden Fall verlinkt. Jetzt seid ihr aber nochmal gefragt, was haltet ihr von diesem Fanfilm, beziehungsweise was erhofft ihr euch? Wenn ihr vielleicht schon was von dem Film gehört habt und deswegen auf das Video gestoßen seid, lasst mich doch gerne mal wissen, inwiefern ihr euch da drauf freut und was eure Erwartungen vielleicht auch sind. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor sehr gespannt und ich werde auch mich weiterhin selber auf dem Laufenden halten, weil es einfach ein interessantes Projekt ist, weil es halt schon klein, communitymäßig gehalten ist, aber halt auch wirklich ein sehr, sehr großes Ziel verfolgt, was ich unfassbar genial finde. Ja, und wenn ihr jetzt auf dem Kanal hier schon seid und euch eventuell Videos Richtung Serien, Filme und vor allem auch momentan Zombies interessieren, checkt doch gerne mal den Kanal aus, denn es gibt momentan hier sehr viel The Walking Dead-Content, aber auch nichtsdestotrotz andere Serien und Filmkritiken, Reviews und Easter Eggs und alles Mögliche. Deswegen, wenn euch sowas interessiert, checkt den Kanal gegen Maus. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Jetzt möchte ich aber nicht noch länger rumreden, als ich sowieso schon tue, sonst wird das Video wieder viel zu lang und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen würde ich sagen, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann auf derselben alten Couch wie eh und je. Und ja, bis dahin würde ich aber sagen, bin ich raus. Ciao.